Ihr schaue eure Quali und seht ihr klar, du bist nicht Jacksboe, obwohl da eine ganze Kurve deiner Perle war. Ihr seid so witzig und habt super das Image, dass ihr mich kriegt, das für euer Fluch der Karibik. Dass ihr im Video selbst performt, das war mir schon ganz klar, noch wegen dem Image von der Stimme seid ihr nicht mehr als Standard. Ihr klingt wie Affen in der Fliege, tun dann auch nicht mal hetero, dass ihr das Black Pearl gegen ein Segelboot. Ihr seid der richtige Tiefflieger, obwohl die Stimme von den einen higher ist, als ein bekiffter Turniersieger. Ihr schaut gerne Spongebob, doch hier seid ihr keine Piraten und höchstens Captain Obvious. Durch ganz einfache Mathematik errechnet, dass ihr zusammen einfach nur Hurenzonen ergibt. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ihr hier eine Mannschaft habt, weiß nur, weil ihr schon Piraten geht, Mathearbeit. Ich weiß wirklich alle Ficke und sowas gibt es echt nur hier, ich hack den Discord von Siegenmann und eliminiere das halbe Turnier.